Ja, hier haben wir unseren kleinen Abfallkäfig, auch sehr gut für den Gartenbereich, wenn man einfach im Winter oder auch wenn man nach der Arbeit kurz eine Bälle schlagen möchte. Das ist für mich unsere beste Matte, ist die Hax 400 Matte in einer Hart-Gummischale-Randung für maximale Stabilität. Es ist auch ein Nylon-Produkt, was einfach viel langlebiger ist als die meisten Matten, die man so kennt. Und wirklich für die Eisen, habt ihr gerade gesehen, man taucht nicht so tief ein. Ich habe immer ein Problem bei Matten, dass man den Ball sehr hoch im Blatt trifft, weil die Matten wirklich sehr langes Glas haben, sehr weich sind. Das ist hier nicht. Gerade für uns Profis, die ein bisschen steiler an den Ball kommen, ist das eine super Sache. Das ist jetzt ein ganz kurzes Tee, da kann man natürlich auch die Langschutz reinstecken. Also All-Round-Paket, perfekt und sehr, sehr langlebig.